Bauch weg Übungen. So einfach ist es dann tatsächlich doch nicht. Die Übungen in diesem Video werden deinen Bauch natürlich nicht einfach so verschwinden lassen, aber bei regelmäßiger Durchführung kannst du Muskulatur aufbauen und so deinen Bauch einfach ganz prima definieren und formen. Ich habe für uns drei Übungsblöcke vorbereitet, A5 Übungen. Wir werden jede Übung 40 Sekunden lang ausführen. Zwischen den Übungsblöcken gibt es immer eine 30-sekündige Pause. So, jetzt schnapp dir deine Matte und lass uns starten. So, los geht's. Wir starten im Sitz auf- und abrollen, Arme lang neben den Beinen ausgestreckt und du rollst nach unten und richtest dich wieder auf. Wenn du nach unten abrollst, dann rundest du dazu deinen unteren Rücken, lehnst dich ein wenig zurück, hältst das Ganze mit der Kraft der Bauchmuskulatur und gehst wieder nach oben. Wenn du abrollst, kannst du ausatmen und beim Hochrollen einatmen. Dranbleiben noch 10 Sekunden. Letzten 3, 2, 1 und du rollst nach hinten in Rückenlage. Kurze Pause, richte dich hier ein. Einmal tief durchatmen. Mach dich dann langsam wieder bereit. Roll hoch. Weiter geht's mit Greifen wechselseitig. 40 Sekunden laufen und du tippst mit den Fingerspitzen rechts und links an deine Fersen. Hier super wichtig, die Luft nicht anzuhalten. Das werde ich dir jetzt immer wieder bei jeder Übung sagen. Da neigt man nämlich manchmal zu. Also du atmest ganz entspannt weiter und tippst mit den Fingerspitzen rechts und links. Dranbleiben, nicht mehr lang. Letzten 5 Sekunden laufen. Und geschafft. Kleine Pause, verdient. Komm wieder in Rückenlage. Entspann dich kurz. Wir machen in Rückenlage weiter. Ein Bein geht lang raus. Das andere umfasst du mit den Händen und im Wechsel ziehst du ein Knie zur Brust. Das andere streckst du lang weg. Du bleibst die ganze Übung über hochgerollt und machst einfach nur den Wechsel mit den Beinen rechts und links. Die Bauchmuskulatur muss hier ganz schön arbeiten. Das ist anstrengend. Für mich war das auch anstrengend. Aber ihr haltet durch. Die letzten 10 Sekunden ab jetzt. Und dann ist von dem ersten Päckchen schon mehr als die Hälfte geschafft. Sehr gut. Nochmal in Rückenlage kommen. Füße abstellen. Und einfach kurz entspannt tief durchatmen. Wir machen gleich in Rückenlage weiter. Langsam bereit machen. Beine gehen hoch. Und vorletzte Übung. Fahrradfahren für dieses Päckchen. Bei dieser Übung bleibt der Kopf auf der Matte. Das ist dann einfach für den Nacken, für die Nackenmuskulatur ein bisschen entspannter. Da bewegen dann wirklich nur die Beine. Die Arme sind locker rechts und links neben dem Körper auf der Matte abgelegt. Auch hier entspannt weiteratmen. In den letzten Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Füße abstellen. Eine Übung wartet noch auf uns. Dazu rollt ihr nach oben, kommt über den Schneidersitz in den Vierfüßlerstand und richtet euch hier ein. Kommt in die Plank-Position. Macht ein Brett. Und im Wechsel los geht's. Hip Dips. Letzten 40 Sekunden für diese Runde. Danach habt ihr euch eine 30-sekündige Pause verdient. Blick ist Richtung Matte. Ellenbogen stehen unter den Schultern und ihr tippt rechts und links mit der Hüfte Richtung Boden. Noch mal eine sehr fordernde letzte Übung für unsere erste Runde. 10 Sekunden noch durchhalten. Dranbleiben. Gleich geschafft. Und zwar genau jetzt. 30 Sekunden sowas von verdient. Trinkt ruhig einen Schluck. Atmet tief durch. Und wir machen gleich weiter. So. Langsam wieder bereit machen für unsere zweite Runde für die nächsten 5 Übungen. Weiter geht's in Seitlage auf dem rechten Unterarm. Seitliche Bauchmuskulatur wollen wir so trainieren. Der andere Arm bzw. die andere Hand stützt hinter dem Körper und die Beine schiebt ihr weg und zieht sie wieder ran. Auch hier Atem fließt ganz entspannt weiter. Das ist einmal eine sehr sehr schöne Übung wie ich finde. Zwar anstrengend aber gut machbar da man sich hier noch schön abstützt mit den Händen und die Beine rausschiebt und wieder ran zieht. Letzten 3, 2, 1. Die Seite haben wir. Wir machen einen Seitenwechsel und stützen uns jetzt auf den linken Unterarm. Kontrolliert hier mal die Position. Wie stehen Schulter und Ellenbogen zueinander? Im Idealfall sollten die nämlich eine Linie bilden. Der rechte Arm geht jetzt wieder hinter den Körper, stützt da und die Beine schieben wieder raus und ran ziehen. Hier ganz schön fordernd für die Bauchmuskulatur. Hälfte ist genau jetzt geschafft. Du bleibst dran. Wenn es zu anstrengend ist, dann nimm einfach ein bisschen Geschwindigkeit, ein bisschen Tempo raus, aber hör nicht auf. Versuch dran zu bleiben. Letzten Sekunden gleich geschafft. Super gut. 20 Sekunden Positionswechsel bzw. Pause. Ihr könnt euch schon mal in Rückenlage begeben. Langsam breit machen. Beine gehen hoch in 90 Grad Winkel und du tippst mit den Fußspitzen rechts und links im Wechsel auf der Matte ab. Kopf liegt ab. Hände liegen entspannt neben dem Körper. Bauchmuskulatur ist aktiviert und du tippst im Wechsel rechts und links. Versuch hier mal drauf zu achten, dass auch nicht dein Kiefer und dein Nacken so sehr anspannt. Wenn du das spüren solltest, versuch bewusst das Ganze zu entspannen. Noch 10 Sekunden. Atem fließt auch hier. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Ihr könnt entspannt in Rückenlage bleiben. Auch hier schon mehr als die Hälfte geschafft. Es warten in dieser Runde noch 2 Übungen auf dich. Langsam wieder bereit machen. Beine gehen wieder hoch in den 90 Grad Winkel. Arme lang neben dem Körper. Du rollst hoch und wir pumpen auf und ab mit den Armen neben dem Körper. Du kannst dir hier vorstellen, dass du auf eine Wasseroberfläche schlägst mit der flachen Hand. Auf und ab. Dranbleiben. Weiteratmen. Gleich geschaffen. Noch 10. Super gut gemacht. Noch einmal kurz vor der letzten Übung entspannen. Roll aber gerne schon mal hoch in den Sitz und komm dann wieder über den Schneidersitz. Erstmal in den Vierfüßlerstand. Und dann in den Hochstütz. Letzte Übung. Bergsteiger. Los geht's. Du ziehst die Knie kraftvoll, energiegeladen Richtung Brust. Hier entscheidest du. Möchtest du nochmal richtig Tempo reinlegen in dieser Übung, in dieser letzten Übung für diese Runde oder machst du das Ganze lieber ein bisschen langsamer. Das ist dir überlassen. Schau, wie viel Energie du noch hast. Aber bleib dran. Nicht aufhören. Nur noch 10 Sekunden. Das schaffst du. Noch. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Sowas von verdient. Du kannst dich zurückschieben in die Child's Pose oder jede andere Pose einnehmen, die jetzt für dich gut ist und für Entspannung sorgt. Oder du trinkst einen Schluck. Wir machen gleich weiter. So, sammeln nochmal alle Energie für die letzte Runde, für die letzten 5 Übungen. Wir machen weiter und zwar im Sitz. Du kommst einmal in den Sitz, dann gehst du hinten auf die Unterarme, stützt dich da ab und im Wechsel Beine rausschieben, vor und rück. Knie ranziehen, wegschieben. Auch hier, wie schnell möchtest du arbeiten in dieser letzten Runde? Die letzten 5 Übungen sind angebrochen. Und dranbleiben. Zack. Immer wieder ranziehen, das Knie. Weiter atmen. Noch 15 Sekunden. Noch. 3, 2, 1. Vorrück geschafft. Du kannst direkt nach oben in den Sitz kommen. Einmal tief durchatmen, einrichten. Wir machen gleich weiter mit Übung Nummer 2 für diese Runde. Und zwar wird das der Russian Twist sein. Du kommst in den Schwebesitz und tippst mit den Händen rechts und links. Wer jetzt nicht mehr kann oder nicht mehr super viel Energie hat, kann auch hier die Füße abstellen und dann weitermachen. Versuche ich mal in diesen Schwebesitz zu kommen und die Übung so durchzuführen. Solltest du aber keine Energie mehr haben, können die Füße auch auf der Matte abgestellt sein. Das ist dann einfach ein bisschen einfacher. Da musst du nämlich nicht zusätzlich die Balance halten. Alle anderen machen genau so weiter. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Super gut gemacht. Du kannst wieder in die Rückenlage kommen, dich hier einrichten für die dritte Übung. Ein Bein kannst du schon mal lang strecken, das andere geht nach oben. Und im Wechsel Single Straight Leg Stretch. Der sieht so aus. Du bist nach oben gerollt und fasst an in die Wade. Ziehst das Bein noch so ein bisschen nach. Und führst diesen Wechsel mit langen, geraden Beinen durch. Und die Bauchmuskulatur hält dich die ganze Zeit über nach oben in dieser aufgerollten Position. Die Luft nicht anhalten, dranbleiben. Hiernach warten nur noch 2 Übungen auf dich. 3, 2, 1, geschafft. Sehr, sehr gut. So, roll noch einmal nach oben, auch hier wieder über den Schneidersitz in den Vierfüßlerstand. Richte dich hier ein. Und es geht weiter mit dem Beerenstand. Du löst die Knie von der Matte und sinkst wieder nach unten ab. Lösen, hochschieben und sinken. Auch hier entscheidest du, wie schnell du das Ganze machen möchtest. Du kannst noch mal ein bisschen Tempo hier reinlegen in die vorletzte Übung. Oder du machst das ein bisschen entspannter. Auch hier tief ein. Und ausatmen. Wenn du hoch gehst, kannst du ausatmen. Letzten Sekunden. Super gut gemacht. Noch einmal kurz deine ganze Energie sammeln für unsere letzte Übung. Die macht jetzt wirklich noch mal jeder mit. Noch mal bereit machen. Ihr kommt alle in den Hochstütz. Der sieht genau so aus. Beide Beine lang, Arme gestreckt. Und es geht jetzt darum, diesen Hochstütz zu halten. Du spannst die gesamte Rumpfmuskulatur an. Die ist aktiviert. Du bildest eine gerade Linie. Und es gilt hier einfach nur zu halten. Weiter zu atmen. Zu lächeln. Und durchzuhalten. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, letzten 3, 2, 1. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. 15 Minuten Bauchworkout geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Solltest du jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen sein und direkt noch ein Workout hinterher schieben wollen, dann schau doch mal hier in diese Playlist rein. Da ist bestimmt noch was für dich dabei. Für jetzt sage ich erstmal Tschüss, verabschiede mich und freue mich schon sehr auf das nächste Training mit dir.